ist okay das kommt der weile auch weg die beiden sachen jetzt so okay alles verkaufen schon wieder reich geworden ausrüstung was habe ich an was habe ich davon genau jetzt an ich bin mir jetzt unsicher was ich davon habe doch was ich an habe ist ja gar nicht jetzt gelistet oder schilder brauche ich eben nicht so schlecht muss ich mal gucken was mit mir wie es bei mir und amulett steht ich habe besseren heim das weiß ich dass ich habe auch kein schild das ist das hier 120 rüstung 100 rüstung und 20 rüstung ich war erst mal ich weiß es gerade nicht 55 der hatte 25 der kann weg kann ich verkaufen so ja was ist das hier ist mein richtiger helm der behalte natürlich das kann ich verkaufen aber ich versuche meine arm schiene aufpassen nicht dass jetzt auch schon weg ist ich weiß gerade nicht sollte es erstmal reichen ich habe jetzt ja nichts verloren so ende ich gucke mal kurz die ich sollte noch alles ausgerüstet haben so wie vorher nur mehr gold und ich wollte eigentlich noch was anders machen so ich wollte mir von dem geld hier noch was kaufen ich möchte mir deine waren ansehen so und zwar was ist das denn fiole fiole nee ich wollte hier einen mannertrank kaufen beziehungsweise ein paar mehr als einen so 10 10 kommen wir nicht ich kann mir auch von anfang an dann ein bisschen mehr heiltränke auch noch mitnehmen so 10 heiltränke dazu und mannertränke brauchen auch nicht zu sein ich meine ich habe das geld kümmer fackeln könnte ich mir auch kaufen weiß noch nicht was ich damit will aber ja okay dann mehr hast du eh nicht ich könnte der viel bessere händler von zweit sein weil ich einfach viel mehr sachen habe aber okay hier unten du bist nicht du bist hier ist rauter ich glaube rauter ist nicht der mit dem ich reden will okay jetzt geht es nach links gerade eben ging es ja nach rechts jetzt nach links ist ja gut so hallo hallo mein freund ist alles in ordnung die ge und milton sind beim könig muss dringend wissen was im innen tempel los ist vor einiger zeit wurde dort ein magischer kampf ausgetragen jetzt ist der tempel durch eine barriere von der außenwelt abgeschnitten wo sind ningal und merdarion merdarion hat von einem vergessenen eingang zu den katakomben erfahren die unter dem tempel liegen er wollte ihn gegen die untoten sichern ningal ist vor kurzem hier durch soll ich dir aufmachen unbedingt ja so machst du mir auf vielen dank ja okay wie ist er hier durch wenn er hinten gegner stehen das habe ich doch nicht ganz verstanden aber okay gefallen der militionär mal gucken wie lange du da noch stehst plopp ah paladin plopp ah da kommt noch plötzlich auch einer auf der seite wow ihr seid mir dann doch ein paar viele ok 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 das schöne ist ja immer noch die acht von mir ok das schöne ist ja dass ich jetzt eh tot bin also mal kurz fünf ok das war schon mein erster trank ok ich muss mich hinter den halten so der magier ist jetzt tot ich muss aufpassen so ok ok jetzt kann er mich mal der magier komm schon ist das dein ernst magier hallo so ok danke sehr du hattest nix dabei schade keine schriftrollen oder sowas verdammt ähm ich sollte mal speichern wenn er das nicht gerade automatisch gemacht hat aber erstmal flop ja das war ein schöner treffer die kommen jetzt hier wahrscheinlich über die seite ran gerannt keine ahnung wieso ich würde gerne auf den anderen zuerst naja schade hat nicht so ganz geklappt so egal alles nehmen was hat ihr noch alles dabei ich glaube nicht mehr so viele oder so noch kurz die pilze einsammeln hier sind auch noch pilze egal ich lasse sie jetzt stehen und dann sollten wir da hinten dann unseren typi finden keine ahnung was mit diesen pflanzen was man damit machen kann aber ich nehme sie ja vorher mit und kann ich um das haus herum gehen ne ich muss glaube ich das haus vielleicht ganz runter durch gehen uhu auf geht's in den keller ja nein ich bin ja so genau richtig ningal und da bist du merdarion oh perfekt ja 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 mitteln hat gesagt zu dritt könnt ihr die barriere da drinnen knacken was ist mit der hier dilettantische arbeit aber mit viel kraft gespeist ningal und ich könnten für dich eine kleine bresche schlagen gut tut das was ist hier überhaupt los milton kann dir alles genauer erklären ich muss jetzt ein paar kultisten töten dumm 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 komm ich jetzt hier schon durch ehrlich moment da hinten da geh ich noch nicht hin ich bin jetzt aufgestiegen was soll ich machen mach ich das jetzt hier komm ich mach jetzt einfach das hier ich will im brust auch voll haben der da gehört mir du bist alleine mit wem redest du naja leute haben auch mal so ein paar probleme komm kannst du dann kurz hallo willst du mich alter übertreib nicht so jetzt aber komm schon komm acht hey du wirst mich grad verarschen oder okay du machst das ganz mal so okay dann das hat sich jetzt gelohnt zack harten schlag die früher drauf kommen können ich schlage die BDA Kultisten 1 von 16 oh okay da steht uns noch einiges bevor aber ich speichere jetzt erstmal Spielschirm speichern da speichern schön ja überschreiben hurra ich mag das Schwert dünn 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 okay weiter ähm ja ahja was ich noch machen wollte was sehr wichtig vielleicht auch ist beim Essbares dies hier da unten auszurüsten das ist vielleicht ein bisschen funktionsvoller okay Zack Kultisten Zack Okay, einer mit einer Sichel im Nahkampf Soll mir jetzt recht sein Okay, die sind aber gut im Kämpfen Das ist mir nicht mehr so ganz recht Okay, ich habe jetzt wieder fast volles Mana Zack Zwei reicht eigentlich Okay Erstmal die Nahkämpfer Mit den Fährkämpfern habe ich eh gleich noch genug Probleme So Aber wobei, die kriege ich jetzt gerade relativ schnell platt Oh, 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 komm Komm, ich kriege den, ich kriege den So Okay, die haben ja eh nichts dabei Doch, der hatte gerade was dabei Ähm, das sind 5 von 16 Geht auch relativ schnell Ähm, schnell mal kurz heilen Oh, wie angenehm Und da sehe ich schon auf der linken Seite Dass da noch mehr kommen Drei Stück Das heißt, wir laufen auch so ein bisschen im Zickzack Sieht man schon Oh, da sind auch wieder mehrere aufeinander Schönes Muster ergibt sich das letztendlich So Okay, und zack So, komm schon Komm, 6 Nein, ich habe gerade nur einen Trank Wieso habe ich nur einen Trank? Okay, das war jetzt Kacke Von diesem Kultist Egal, komm schon Ich gebe es einfach aufrecht drauf Ähm, ich muss die anderen Tränke jetzt erstmal ausrüsten So Das ist wichtig Ausrüstung Esbar ist Ja Warte, was habe ich denn hier noch auf der Tränke? Mächtige Mannertrank Mannertrank Okay, ich habe normale Mannertränke gekauft Die bringen mir 100 Nicht so viel, aber wenigstens ein bisschen Ähm 7 von 16 8 von 16 Okay, ich habe die Hälfte Das ist schön Das ist sehr schön So Roll 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 Laden Okay, wo stehen die Nächsten? Dieser Raum scheint leer zu sein Aber ich wette, hier werden irgendwie Zombies oder sonst was noch spawnen Ne, der bleibt leer Der bleibt tatsächlich leer Oh mein Gott Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht So, aber ich kann als erstes schon mal hier das ausrüsten Und einfach mal hinten auf den Kultisten zielen Vielleicht kommt der ja auch alleine Das wäre cool Töten Töten Ja Wir haben es verstanden Okay Dann eben das Schwert Oh, das war jetzt so schwer Tut mir leid So Und der Nächste Oh, du bist magier wieder Zack Der, der gehört mir Dann komm Dann komm auch Ganz ehrlich Durch eine Wand kannst du mich nicht töten Kommst du? Naja, okay 9 Dann hetze ich mich aber schneller zu dir jetzt So Komm jetzt schon So Jetzt aber, komm Okay, er ist down Was befindet sich denn in diesem Raum? Okay Zack 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 Ja Ähm Ich denke, es ist Todes Seidenband 500 bringen die Und noch irgendwie Ein Amulett Okay Zack 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 Oh, ich hab grad das erste Mal ist mir aufgefallen Nicht den Witz mit dem Toilettenpapier gebracht Und Seidenband gesagt Oh mein Gott Zum Ende des Let's Plays hin Mach ich endlich mal nicht diesen flachen Witz Train in us Okay Coole Sache Irgendwie So ein bisschen Zumindest Hier steht einer direkt um die Ecke Wacht mal Ich hab's auf vier gerade Ah, das ist so ein bisschen tierisch schlecht Ihr vier von mir Äh Wo ist denn hier einer Seid ihr über mir oder was Kommt ihr jetzt erstmal aus der Erde raus oder wie Wie darf ich das verstehen Wo seid ihr Krass, ist das ein Bug Ach, ihr seid über mir Ist ja tatsächlich Hier geht eine Treppe hoch Dann nutze ich den Aufgang der Treppe auch mal Und Ich kann dich hören Ja, gut Interessant Was freust du dich so? Ganz ehrlich Du guckst grad deinem Tod in die Augen Und du da hinten genauso Krass, Mann So Und Komm schon Komm schon So Okay, danke Ist mir irgendwie schwer genau auf die drauf zu ziehen Ich weiß nicht wieso Aber Naja Es fehlen noch vier Stück Aber ich speichere mal kurz das Spiel Und Ja, überschreiben Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder Dann bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal